Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo. So, erstmal vorab möchte ich mal vielen, vielen Dank für den krassen Support sagen, Zeit Genesis, ohne Mist, das geht mal richtig ab. Die Kommentare sind so, dass ich kaum wieder herkomme, Kommentare zu antworten. Abonnentenzahlen gingen jetzt um knapp 600, glaube ich, hoch, Zeit Genesis, das ist knapp eine Woche her, was richtig krass ist. Also vielen, vielen Dank für euren richtig krassen Support. Die sagt auf jeden Fall, dass das läuft, übertrieben. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll, das ist schon krass, also vielen, vielen Dank. Was ich euch sagen möchte, um was das Video eigentlich geht. Ich bin vom 12.06. morgens bis zum 13.06., also Samstag und Sonntag, in Hamburg mit meiner Freundin. So ein bisschen, ich sag jetzt mal, in aktuellen Zeiten doch mal Miniatururlaub genießen. Und ich werde in dieser Zeit halt natürlich nicht aufs Handy schauen. Also wenn Kommentare reinkommen, werde ich sie erst Montag beantworten. Der Community Crunch, der dann zum Beispiel eigentlicher Samstag aufgenommen wird, werde ich wahrscheinlich erst Montag aufnehmen. Weil, wie gesagt, wir fahren morgens um 5 Uhr schon los. Und da werde ich nicht noch vor den Community Crunch aufnehmen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Es gibt zwei, drei Videos, die über das Wochenende hochgeladen werden, was ich ein bisschen vorproduziert habe. Aber es wird jetzt, ich glaube, eher für den Samstag, für den Sonntag wird es dann ein bisschen Ruhe sein. Habt ihr auch mal einen Tag ohne Uploads von mir. Ich glaube, es waren jetzt auch einige Videos in letzter Zeit, die ich rausgebracht habe. Aber es geht natürlich dann direkt wieder so weiter. Also wenn nächste Woche dann der Montag da ist, werde ich wieder hinsetzen. Dann gehen die ganzen Missionsvideos los und der ganze Kram. Ich meine, wir haben jetzt hier, ich meine, wir haben 31 Guides in, wann kam Genesis raus? Donnerstag, so in acht Tagen 31 Guides, ist, denke ich mal, eine ganz gute Quote, sind wir so bei etwas mehr als drei Videos pro Tag. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm, dass ich mal zwei Tage nicht da bin und auch, wie gesagt, keine Kommentare beantworte. Ich habe in meinen Videos immer einen Discord-Link, oder besser gesagt, in den neueren Videos, ich glaube, seit dem Exomec, bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Muss mal gerade schauen, warte, ich schaue mal gerade nebenbei mit euch mal kurz nach. Zeit im Strider-Video ist in der Beschreibung, ich mache es mal ganz kurz für euch auf, dass ihr es hier seht, in der Beschreibung habt ihr hier den Discord-Link. Wenn ihr Fragen haben solltet zu Dingen, Genesis 2 oder generelle Fragen, joint diesem Discord. Und da sind genug Leute drin, die eventuell euren Problemen vielleicht auch helfen können. Also es kann ja sein, dass ihr vielleicht irgendein Problem haben solltet, dann können die Spiele euch trotzdem helfen. Ja, das war nur so nebenbei ein Miniatur-Info-Video und ich würde sagen, euch ein schönes Wochenende und ich, wie gesagt, bin Montag wieder im Haus. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start, zocken wir noch ne Runde Survival-Arc, oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart, haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.